Hallo, heute erklären wir Ihnen die Navigation in Ihrem neuen VW Tiro. Um Navigation zu öffnen, klicken Sie auf NAV. Nun wird Ihnen Ihr aktueller Standort angezeigt. Wenn Sie mit Ihrer Handnähe zum Bildschirm gehen, erscheinen weitere Auswahlmöglichkeiten, unter anderem eine Lupe mit einer Fahne. Wenn Sie nun darauf klicken, haben Sie auf der linken Seite vier Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie auf das obere Symbol mit der Lupe drücken, können Sie Ihre Zieladresse eingeben. Zusätzlich haben Sie oberhalb der Tastatur sechs Symbole. Wenn Sie etwas Bestimmtes in der Nähe suchen, betätigen Sie einfach das passende Symbol und es werden Ihnen naheliegende Ziele angezeigt. Zum Beispiel sucht das Navigationsgerät für Sie Parkplätze oder Parkhäuser und zeigt Ihnen jeweils die Öffnungszeiten und Preise an. Neben der Eingabezeile oben rechts können Sie individuell Ihre gewünschte Adresse, sprich Land, Ort, Straße oder Hausnummer eingeben. Zum Schluss, um die Navigation zu starten, müssen Sie lediglich eine Zieladresse eingeben oder auswählen und mit Starten betätigen und die Route wird gestartet. In der oberen Leiste werden Ihnen die Kilometer und die Ankunftszeit zu Ihrem gewünschten Ziel angezeigt. Überprobieren Sie es doch einfach selbst mal aus. Viele liebe Grüße, Ihr Pego Team.